Das sind alles unsere Kinder und die wollen jetzt ein schönes Weihnachtsfest und eine Weihnachtsbescheherung haben für einen Schönen. So, pass mal auf, komm mal. Ab! Jetzt ist ein schönes Sieg, gehen! Kostos, das war ein Mann. Halt! Wie du wieder aussiehst, der Schleim in der Hose, ständig dieser Lärm. Kostos, das war ein Mann. Kinder, und, was sagt ihr, super, oder? Kostos, äh, die Kolonie vor Ort, oder? Kostos! Kostos, die, der Schleim in der Hose, die Schleim in der Hose, die Schleim in der Hose, 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 in der Hose! Tja, eins hat sich sehr bemerkt, meine Weihnachtsfeier wird beschert! Ich bin das tapfere Schneiderlein mit meinem Wachkönig und ich bin der König, ich bin sein Chef. Und der Schneider hat mir einfach zu viele schlechte Klamotten geschneidert. Also musste er raus ins Land und lernen, bessere Klamotten zu schneiden. Das hat mir nicht gut gefallen, aber dann, als ich wieder da war, war es eine gute Idee. Er war sehr zufrieden, aber die Klamotten waren trotzdem nicht besser. Im Gegenteil, was ich hatte war okay, was ich gekriegt habe war nicht okay. Unsere Truppe war super, bringt die ganze Wache zusammen.